In diesem Video teste ich von Rocker Nutrition den veganen No Way Bar in der Sorte Chocolate Cereal Pops. Mit den Hafercerealen wurde hier absolut viel gespart, davon sind sehr viele auf dem Riegel vorhanden. Überzogen wurde das Ganze mit einer dunklen Schokolade und es duftet auch vorwiegend erstmal nur noch dunkler Schokolade und Hafer. Die Konsistenz der Proteinmasse ist relativ trocken und fest. Die Cerealien selber sind absolut nicht knusprig, sondern eher leicht zäh. Zu Beginn schmeckt man die dunkle Schokolade sowie den Hafer am meisten durch. Binnen kurzer Zeit kommt hier allerdings auch noch ein süßlicher Geschmack hinzu, der wahrscheinlich durch das Dattelsirup erzeugt wurde. Je mehr man von dem Riegel isst, desto süßer wird es, beziehungsweise ist der süße Geschmack dann mehr im Vordergrund wie die Schokolade und der Hafer. Die Konsistenz finde ich nicht zu ansprechen, die ist relativ trocken und bröckelig und die Cerealien sind auch absolut nicht knusprig. Ich finde ihn vom Geschmack her jetzt nicht so extrem schlecht, dass ich sagen würde, nein, das kann man nicht essen, aber auch nicht so gut, dass ich mir diese Sorte noch ein zweites Mal kaufen würde. Gerne